Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Alkohol. Gut, Rettungsweg wäre tot an. So, hat das Unterkipp dort? Geht nicht auf, ich spiele mich. Über den Kuhverwand. Ich habe jetzt mit dem hydraulischen Rettungsgerät gearbeitet, dass es dann noch alle Scheiben aufgefickt wird. Weil es zu Zersplitterungen kommt, dass diese Scheiben nicht ins Wageninnere und dann vielleicht sogar noch auf dem Patienten folgen. Das ist ein Schirm. Das ist ein Schirm. Hinten Deich klatscht zuerst. Das ist ein Schirm. Das ist ein Schirm. Jetzt. Jetzt wird mit dem Spreizer die Heckklappe geöffnet. Dann kommt mit dem Rettungsgerät schon gut. Das ist ein Schirm. Dann kommt mit dem Rettungsgerät schon gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wo ist Bein dort? Ich habe die Unterstützung, dass du fertig bist, dass du sie selbst. So, Handschuhe rausziehen. Wir sind auch Handschuhe. Alles kippet hier. Wir haben das gleiche Wasser. Willst du noch halten? Nein, ich habe noch nicht. Medizinerin. Eins, zwei, drei. So. So. Patient auf Bord. Bord. Jetzt haben wir es aus der Stücke. So. Eins, zwei, drei. Ganz gut. Jetzt kommt es raus. Danke schön. Ganz gut. Danke. Gratulation. Der Somblo hat aus dem Fahrzeug gerettet. G5x, an der Donau. Vielen Dank.